Ja, hallo! Santa Trio Crio hat für euch heute das Tannenbaumlachen. Ja, das kann man natürlich auf verschiedene Weise machen. Und wir starten einfach mal, dass wir so oben anfangen beim Tannenbaum und dann... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ja, und wenn wir den Tannenbaum aufgestellt haben, dann dekorieren wir den. Ja, da noch was, und den Stern oben drauf, und die Lichterkette erstmal entwirren, und dann anfangen, okay, drappieren wir was, dann wieder weg, einfach nur drauflegen, jetzt kommt der große Moment, einstöpsel, ja, und viele wissen ja, ich mache gerne das Weihnachtsliederlachen und dazu passt eben natürlich O-Tannenbaum und dann machen wir eben einmal die Bewegung des Tannenbaums rauf, runter und dazu eben die Melodie von O-Tannenbaum. Der Tannenbaum steht, ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, ich bin auch gespannt, wenn ihr vielleicht ein paar Bilder von eurem Tannenbaum schon habt, sendet die gerne hier als Kommentar dazu, danke.